It's like perfection, like no other, flawless, absolutely flawless. Wie cool, schön, dass ihr wieder hier seid. Willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Ihr kennt mich, ich bin der Dan und heute gibt es wieder ein kleines Video zum Thema Konflikt-PVP. Wir zocken alle anderen in rotem Boden oder sind zumindest ziemlich widerstandsfähig als Gegner, auch wenn wir verlieren. Und deswegen zeige ich euch heute mal eine weitere spannende Runde Konflikt zusammen mit Papa Bear und meinen Kollegen vom Red Rage Gaming Crew Channel. Viel Spaß und Filme ab. Ja, aber durch Granaten und so sind wir dann leicht zerstörbarer. Naja, tendenziell meine ich nicht mit nebeneinander stehen, sondern halt zusammenbleiben in der selben Region. Sodass wir halt tendenziell auf dieselben Gegner gleichzeitig schießen und nicht irgendwie alle einzigen Türen gehen können. Und mit der Vector meistens drauf schießen, also MP. Der hat am meisten zerstört. Rechts gehen wir, oder? Was Papa Bear ist der Anführer? Die Frage ist halt, kommen die jetzt hier von ganz rechts? Nein, die kommen über die Mitte. Ach kacke, ich hab da festgestellt, ich hab meine Pedals am Scaf falsch gemerkt. Ne, hier sind sie. Das sind alle vier. Ja. Ah, das ist schon ein schöner, präziseres Schießen mit dem Scaf. Achtung, Granaten. Einer pusht. Einer. Ah, welche Hälfte über rechts. Einer verstauen. Einer verstauen. Aber einen. Einer ist weg. Einer pusht rechts über mich, er bekommt mich, er hat mich. Okay. Einer pusht über rechts. Kommt zwei über rechts. Haben wir. Sehr gut, Bennett. Ah, hier, hinter uns. Ach, das war ja. Ein Schiff ist dran. Ich nehm dich mal auf. Ich würd sagen, hier bleiben wir, hier hinten. Hier können sie nämlich nur von den Seiten kommen. Ah. Wo ich bin. Da können sie tendenziell nur von rechts und von links kommen. Mann. Wer doch das auch ist, wie ich schützt das nach oben platzieren. Da oben. Ne, der das ne schöne Übersicht hat. Über rechts kommt einer. Zwei. Erstmal, das sind erstmal ums Eck kommen. Damit wir ne gute Schusslinie haben. Ja, ich will die ja nur schon mal ansauen. Hast du erfolgreich geschafft, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wahrscheinlich über die Mitte. Müsst du aufpassen. Ne, kommt über rechts. Einer kommt dort. Boost wird in Kürze aktiviert. Ich seh perfekt drüber. Der Spot ist echt unfair. Boost geht's noch tief. Boost holen. Oder? Oder lassen wir ihn. Lassen wir ihn, oder? Naja, aber der Boost kann echt unfair sein. Alter, wenn down. Komm zu dir. Äh, das von der Seite kommt da. Oh Gott, oha. Der Boost ist heißer. Ja, das heißt, er bekommt gut Hits. Ja, kann ich nix machen. Ach, du Kacke. Hab einen gefinisht. Da liegt noch einer. Down. Okay, ich bin von hinten gepusht. Ja. Ich hab einen getötet und einer ist gepusht. Also einer war down. Das sind alle drei noch dort. Einer wird von der Drohne geheilt und restlichen, das hab ich nicht mehr gesehen. Aber drei waren dort jetzt. Na, ich versuch grad zumindest zu verhindern, dass sie den Boost kriegen. Ich bin hinter dir. So ungefähr 20 Meter. Ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn. Ja, hab ich. Geil. Was haben wir jetzt? Keine Ahnung. Mehr Schusswaffen oder so, glaub ich. Irgendwas mit diesem Schusswaffen-Symbol. Sitzen wahrscheinlich alle dort außen. Ja, die sitzen jetzt auch da, wo wir saßen. Ja. So, das macht nix. Ich hab mein Geschütz mitten reingestellt. Oh. Hier ist keine Deckung. Das ist nicht... Gnade. Einen gehittert, rechts. Einer ist down. Hier ist einer bei mir. Einer ist mittig, mittig. Einer legt mittig, sich den Spawn zurück. Hier sind zwei noch. Einsig. Einer liegt down hier. Ja, auf den hab ich mit draufgegangen. Zweiter push zu mir. Geht ein Stück zurück, geht ein Stück zurück. Achso. Hinter dir, hinter euch. Der kommt auch hinter. Down. Ich bin ja voll am Ravieren. Ach, kacke. Ja. Thema Welt. Müssen wir aufpassen, wo die Granatenkiste runterkommt. Ich hab den Modepunkt nicht gespielt. Deshalb bin ich hier grad ein bisschen überfordert. Bin ich nicht weg. Einfach drauffeuern. Ist auch erstmal eine zweite Runde. Man gewöhnt sich. Hol dir die Kiste, nego. Gib dir Deckung. Ja. Gut. Nice. Jetzt haben wir zwei Kanaten. Also zwei Kanadserfer. Schüsse. Jeder. Einer liegt. Gefinisht. Und einer ist unfähig. Achso. Ne, ich hab ihn gefinisht. Zwei ums 8-Towns. Hinter uns sind noch welche. Schau auf Schüsse. Da kommen zwei. Zwei bei mir hier. Ja, ich bin down. Aber ich habe einen Kampf umfähig dort hinten gemacht gehabt. Hab ich gehockt halt. Das ist gleich ums Eck. Einer schaut raus. Hab ich. Ab da. Liegt wieder. Granate hinterher. Granate hinterher, wenn ihr habt. Normale Granate im Zweite. Ich packe mir den so. Das ist ja gar nicht die Chance, dass die gar nicht die Sterse dann auf einer umtreibt. Ja, die haben es noch nicht geschafft, ihn zu aeinen. Das waren drei. Mein Geschütz ist aber dran. So. Amorin. Stopp, ich geh auf. Stirb. Alter, ich hab gesagt, stirb. Mann, das gibt's doch nicht. Ne, du kommst zurück, zieh dich zurück. Ja, das war zu spät. Der eine lag da die ganze Zeit. Warum hab ich den nicht zum... Ach Gott. Scheiße. Ein M war auch schon mal besser. Einer ist dort vorn. Zwei. Verstecken sich wieder. Warum gibt's jetzt die Granate nicht? Du sollst. Wenn du hier hinten bist, wo ich bin, hier kannst du dich erhöht hinstellen. Und dann siehst du nach vorne ganz genau. Einer... Zwei sind dort. Drei sind es insgesamt. Drei. Jo. Ich komm euch mal von links zu Hilfe. Einer ist dort. Die piken dort immer wieder. Die kommen über Mitte. Die kommen über Mitte. Ich hab grad einen hier gesehen. Auf links ist da auch einer. Einer ist... Drei sind mittig. Drei sind mittig. Drei sind in combat mittig. Und einer ist... Scheiße. Ist doch nicht frei. Drei mittig. Alle vier. Alle vier. Alle vier. Alle vier. Hab mich gleich. Vier mittig. Er sucht mich. Er hat mich. Vier mittig. Zwei mittig. Die sind zwölf so. Einer mittig. Einer ist low. Einer steht noch. Push. 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 Ich hab drei von hinten gewacht. Sehr gut. Top. Ecklauf auch. Da ist links ums Eck. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Vor mir. Oha. Biss ich. Stirb doch. Du Hurensohn. Zoffel. Geht langsam die Verstärkung aus. Ey. Alter. Jetzt sind wir noch die Führung dann. Schauen wir mal in den Boost hier. Zack. Boost ist raus. Verwündete haben den Boost in ihren Besitz gebracht. Lass uns mal hier neu aufstellen. Einer kommt hier. Einer ist hier. Links außen bei dir. Er pusht zu dir. Er ist hier. Mit dich. Mit dich. Irgendwo ist er. Soll er mal kommen. Mein Schütz steht hier. Oh mein Fass ist ihn noch nicht. Irgendwo hier mit dich ist er. Er war gerade hier. Er ist glaube ich weggelaufen. Ja, in Angst. Verständlicherweise. Da ist er. Mit dich. Zwei Leute. Mit dich. Zwei Leute. Mit dich. Einer ist gut. 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 Richtung unserer Seite. Hinter mir hinter mir. Das ist die scheiß andere Drohne, die mich da weggemacht hat. Die ist weg. Hab einen. Die haben keinen Punkt mehr. Sehr gut. Oh man. Der ist down. Jawohl. Nur mal einer. Nur mal einer. Nur mal einer. Wir alle gegen den einen. So ist es wahr. Spieler. Okay. Hab ihn. Nice. Nice. Geil. Das ist Teamwork. Das war wirklich geil. So muss das laufen. Das ist ziemlich cool. Ich hoffe euch hat das Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid super. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, klickt doch mal unten links auf den Abo-Button. Und rechts könnt ihr noch ein bisschen mehr Videos gucken. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer. Bis denn. Euer Dan. Bis denn. Bis zum nächsten Mal.